Ich kaufe jetzt alle Beautyblender, die es bei Rossmann gibt. Wenn ihr dachtet, dass es ein Scherz war, dann habt ihr euch leider geirrt und kennt mich ziemlich schlecht, denn ich habe wirklich alle Beautyblender von Rossmann gekauft. Die ersten Sponges habe ich natürlich bei Essence gefunden, habe ich alle aufgekauft. Dann ging es weiter zu Real Techniques, 8,99 Euro pro Stück. Das hat ziemlich in meinem Herzen weh. Der Bruder hier sah nicht mehr ganz so gesund aus, aber natürlich habe ich den auch mitgenommen. Ich habe ehrlich nicht gewusst, dass es so viele Sponges von Real Techniques gibt, aber ich habe alle gekauft und habe sogar diese ganze Stange hier mitgenommen. Okay, Spaß, ich habe sie natürlich wieder zurückgehangen, aber dafür alle anderen Beautyblender mitgenommen. Die Leute haben einfach so witzig geschaut, die dachten echt, ich habe einen Dachschaden oder so. Ich meine, schaut euch das an, dieser Korb ist komplett voll. Natürlich habe ich die alle brav bezahlt und vor dem Rossmann haben zwei Zuschauerinnen gewartet, die haben jeweils zwei Stück bekommen. Ratet mal in den Kommentaren, wie viel das Ganze gekostet hat. Ich bin jetzt wieder zu Hause und hier sind alle Beautyblender vom Rossmann drin. Mal schauen, wie viele das sind. Okay, das ist eine Menge, aber irgendwie fühle ich mich so richtig wohl dabei. Okay, so sieht das Ganze jetzt aus, das notiere ich jetzt mal schnell. Okay, das ist richtig heftig, oder? Hier sind alle von Real Techniques. Hier auch. Hier auch. Hier sind zwei von BioBlender. Die sind alle von Rossmann. Und hier alle von Essence. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ich mit den allen machen soll. Und drückt das bloß, wenn ihr einen haben wollt.